Viva! Viva! Palästina! Viva! Judenhass mitten im Hörsaal. Die Gruppe Students for Free Palestine besetzt einen Hörsaal der großen renommierten Hochschule in Berlin. Im Saal rund 60 Pro-Palästina-Aktivisten mit Sprechchören. Stopp the genocide! Stopp the genocide! Eine weitere Hassaktion. Seit Wochen gibt es an der Freien Uni, der FU, Vorfälle und Aktionen mit antisemitischem Hintergrund. Vor der Tür des Hörsaals Handgreiflichkeiten. Mit gelben Warnwesten bewachen einige Aktivisten den Eingang. Juden und Unterstützer Israels dürfen nicht rein. Vor der Hassaktion ziehen die Studenten mit Megafon durchs Foyer. Rund 100 Polizeibeamte werden gerufen, um den Hörsaal zu räumen. Die Aktion ist weder angemeldet noch von der Universität genehmigt. Der Hausrechtsinhaber hat Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt.